So Leute, seid ihr bereit für den alles entscheidenden letzten Kampf? Ja, es gibt kein Zurück mehr. Wir müssen es schaffen, weil sonst ist alles verloren. Dann gehen wir mal nach Hause. Gehst du nach Hause, Vincent? Ja. Nun, schau nicht so besorgt, Erika. Es wird alles gut, aber ein bisschen Vertrauen. Wir sehen uns am Morgen. Okay, ich vertraue dir. Wir sehen uns bald. Alles wird wieder gut. Wir werden das schon schaffen. Denn jetzt geht es um alles oder nichts. Nightday. Nightmare. Und wir sind das einzige Schaf noch. Können wir das schaffen? Können wir überhaupt gewinnen? Wir werden es bald erfahren. Hey, Mutton! Wenn du hier drüben bist, dann kannst du mich hören, richtig? Sag etwas! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Natürlich kann ich dich hören. Ich kann dich sehen. Und deine Unterlagen. Und deine Unterlagen. Ach, lass mich doch. Wir werden das schon schaffen. Ja, sehr schöne Welt. Ich bin jetzt nicht. Ich bin so schlimm. 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 Ich will das backen. Ich bin so schlimm. Boah, die sind fies. Diese Blöcke sind fies. Bei denen weiß man nicht, was kommt. Aber zum Glück haben wir schon mal den Checkpoint aktiviert. Das ist ja das kein Problem. So, mal sehen. Vielleicht hätte ich den anderen nehmen sollen, aber ist okay. Ich glaube, das Kissen brauchen wir nicht. Das ist eigentlich egal. Was macht denn der da? Was hängst du denn da um so rum? Komm, hau wieder ab. Oh, jetzt bin ich hier ein bisschen westgekeilt. Komm runter. Und tschüss. Danke, dass ihr mir den Weg freimacht. Sehr nett von euch, sehr nett von euch. Ich geh mal da drüben lang. Weil ich es kann. Okay, neuercher Block geht. Tja, da kommt ihr schon mal nicht mehr hoch, Freunde. Oh, da drüben ist ein Block, den hätt ich gerne. Ich weiss nicht wie. Doch, ich wüsste schon wie. Aber ich weiss nicht, ob das so klug wäre, jetzt darüber zu gehen. Ich geh einfach mal hier weiter. Nicht mit uns. Was, was hängt denn da drüben? Oder da hinten? Ich wechsle mal nach links. Okay, ich habe es. Okay, ich habe es. Edge. Edge. Äh, das läuft gut. Ach, das ist ein riesen Kronleuchter. Was sind denn das für Zungen? Äh, ich weiss nicht genau, was diese Zungen bringen sollen. Ich geh mal da rüber. Edge. So. All right. Edge. Scheint ganz gut zu klappen. Wir scheinen ganz gut vorwärts zu kommen. Wir sind auch schon fast am Ziel. Das ist weniger cool, aber wir kriegen es hin. So, wieder ein Checkpoint. Genau richtig, weil wir gerade gestorben sind. Zum Glück haben wir den Checkpoint. Also ist das nicht tragisch. Also doch, tragisch ist es schon. Schließlich haben wir Witze drum gemacht. Das ist nicht nett von uns. Okay, wie kommen wir hier hoch? Das sieht nicht ganz leicht aus. Müssen wir aber hinkriegen. Ah. So weit, so gut. Aber jetzt müssen wir etwas anderes versuchen. So was war mir fast klar. Weiss ich ehrlich gesagt noch nicht, wie wir da hochkommen sollen. Kann doch nicht was runterkommen, bitte. Mendo. Ach, vielleicht. Ja, so müsste es gehen. Sehr gut. Äh, kletter hoch. Nein. Das war nicht so toll. Das war doof. Das war sehr doof. Komm, da ein bisschen runter. Ah, das sieht nicht sehr gut aus. Das sieht ziemlich scheiße sogar aus. Hoffentlich kommen wir hier noch ein bisschen weiter. Mist, jetzt habe ich mich fallen gelassen. Jetzt ist das weiterkommt ziemlich schwer. Wir müssen hier ziemlich viel verschieben, hier. Und es fällt immer wie mehr runter. Und unsere Möglichkeiten hier sind definitiv begrenzt. Na, weiter kommen wir wahrscheinlich nicht mehr wirklich. Weil, was sollen wir hier schon tun? Na toll, das bringt gar nichts. Nein, das war schlecht. Muss ich zugeben, das war nicht sehr klug. Und wir sind wieder tot. Aber wir haben noch 96 Versuche. Müsste ja eigentlich reichen. So, das hier ist nicht ganz leicht. Vielleicht gehe ich mal da links hoch. So, aber wie kommen wir jetzt hier am geschicktesten weiter? Schon irgendwie so, oder? Nein, ich Idiot. Aber ich glaube, ich weiß jedenfalls, wie ich gut da hochkommen sollte. Theoretisch. Dann auf ein neues, Freunde. Los geht's. Bisschen schneller. Okay, jetzt. Jetzt da hoch. Okay, diesmal ist es keine Falle. Sehr gut. Nein, du sollst dich hier hecken lassen. Darüber. Und dann hier. Dann vielleicht den zurücknehmen. So als Stütze irgendwie. Dass das Ganze nicht gleich runterfällt. So weit, so gut. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier am besten weiter? Ah, komm schon. Am besten so irgendwie. Dann müsste das funktionieren. Und wir sollten da hochkommen dann. Scheint auf jeden Fall aufzugehen, mein Plan. Boah, das war fies. Ging aber. Mist, und diesen Block können wir nicht verschieben. Jetzt haben wir ein Problem. Wie soll ich denn dann da hochkommen, bitte? Hä? Check ich gerade nicht. Das ganze Zeug müsste runterkommen, noch ein bisschen. Ja, ich meinte nicht das. Und das war eine Falle, ich Idiot. Ach Mist, wenn wir jetzt doch nur den anderen Block hätten, dann könnten wir leicht da hoch. Haben wir aber leider nicht. Mist, Mist, Mist. Wie doof. Wir sind nah dran. Wir sind nah dran. Aber doch irgendwie noch so weit entfernt. Weil ich gerade keine Ahnung habe, wie wir da hochkommen sollen. Leider. Werden wir aber schon noch rausfinden. Komm, das Geld hole ich mir jetzt auch noch da. So. Okay, das hier war auf jeden Fall schon mal gut. Und das hier war sicher auch nicht verkehrt. Vielleicht hätte ich jetzt auf der anderen Seite weiter nach oben sollen. Genau, und nicht auf dieser. Wir versuchen uns mal irgendwie ein bisschen hier drüben hochzubauen. Wenn das denn geht. Naja, es geht nicht wirklich. Tja, wenn wir jetzt die alle rausziehen würden. Ne, das ist nicht so gut. Äh, ah, ich bin gerade so ein bisschen überfragt. Da kommt so nichts runter. Naja, außer jetzt. Aber das bringt uns nicht viel. Ach, ne, das geht nicht. Das geht alles nicht. Das bringt mir auch nichts. Scheibe. Scheibenkleister. Scheiben, Scheiben, Scheibenkleister. Das sieht nicht so gut aus. Sieht ziemlich doof aus sogar. Okay, das bringt mir auch nicht wirklich was. Ganz toll, bringt mir auch nichts. Obwohl, doch vielleicht. Warte mal. Nein, ich kann da ja nicht hoch. Mist. Komm, kletter da rüber. Ich sehe nichts. Oh, komm, komm, lauf. Wir schaffen es noch. Wir schaffen es noch. Nein, 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 nein. Warum ist das da unten runtergefallen? Sonst hätten wir es geschafft. Nein. Das war die Lösung. Per Zufall. Irgendwie. Sind wir jetzt da hingekommen? Wäre der Unterabschritt noch gestanden, dann hätten wir es geschafft. Dem war aber leider nicht so. Deshalb war wir es nicht geschafft. Ach man, hoffentlich kommen wir irgendwie noch mal in eine gute Position, so dass wir es hinkriegen. Ich versuche oben mal in die andere Richtung nachher zu gehen. Vielleicht ist das nicht schlecht. Äh, rüber. Sehr gut. So, und jetzt gehen wir hier mal, machen wir das mal so. Gehen in diese Richtung hier. Vielleicht ist das besser. Schnell Falle auslösen. Einfach so zur Sicherheit, dass das schon mal erledigt ist. So. Das sieht doch schon mal sehr interessant aus. Hoffentlich bricht der Block nicht so gut zusammen. Doch ist der. Na toll. Also wie machen wir jetzt am besten weiter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das bringt mir herzlichst wenig. Obwohl, vielleicht so könnten wir da hoch. Aber dann können wir ja den Block da oben nicht verschieben. Das ist ja das Problem. Vielleicht doch eher so. Sieht auch interessant aus. Vielleicht wird da noch was draus. Ach man, jetzt ist der blöde Block hier runtergefallen. Das ist doch nicht so toll. Ja, jetzt haben wir gar keine Chance mehr da hoch zu kommen. Das ist unmöglich jetzt. Das ist unmöglich jetzt. Wegen diesem einen Block hier. Weil wir diesen doofen Block nicht verschieben können. Sonst kommen wir jetzt da auch nicht mehr hoch. Geht nicht. Rückgängig. Aha. Cool. Da können wir ja zurückschieben. Warte mal. So. Dann machen wir das am besten so. Wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. Dass es das gibt. Das ist alles schön und gut. Aber das klappt auch nicht ganz. Mist. Ach so, warte mal. Nein. Nein. Und jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Nein. Warum war da eine Falle drin? Wie fies. Aber ich glaube es hätte auch sonst nicht geklappt, was ich vorgehabt hatte. War das echt schwer da oben. Es wäre voll leicht, wenn dieser eine doofen Block da nicht wäre. Aber leider ist der da und man kann ihn nicht verschieben. Warten, komm schon. Also was dieser Zungenblock bringt, weiß ich immer noch nicht. Ähm. Jetzt. Ja, ich glaube das hier war die bessere Richtung. Muss ich gestehen. So, klettern wir wieder hoch. Diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Irgendwie. Egal wie, aber wir schaffen es. Muss ja irgendwie funktionieren, ne. Kann ja sonst nicht angehen hier. Wenn wir jetzt hier weiterbauen, ist das okay. Ja, dann müssen wir ein bisschen noch weiter nach oben kommen. Nein. Ach. Das wollte ich nicht. Und dann hat er zu langsam reagiert. Jetzt weiß ich nicht, ob das der richtige Weg war oder nicht. Ach, man wird auch mit der Zeit immer so hektisch. Ist natürlich doof. Okay, komm. Komm, witz. Diesmal knacken wir die Nuss. Alles klar, ich habe es. Diese Blöcke sind auch einfach extrem fies, weil man nicht weiss, was da erscheint. Das kann ja alles mögliche sein. Aber ich glaube, wenn ich hier hängen würde. Ja, aber man hängt doch nicht da, wenn der Block aufmacht. Ja, ist ja auch egal. So, weiter, weiter, weiter. Diesmal knacken wir es. Diesmal schaffen wir es. Ich glaube an uns. So, ich will mal schön die Fallen auslösen, damit sowas nicht nochmal passiert. Hier. So, diesmal muss das einfach funktionieren. So, ich löse jetzt die Falle bewusst aus. So, das hat funktioniert. Und ne Zunge, okay. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt schieben wir den da rüber. Nein, der fällt ja runter. Das wollte ich nicht. Das ist ein schwerer Block. Wenn ich jetzt hier... Nein, dann komme ich da nicht mehr rüber. Schwierig. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? So, das hat mir aber nicht viel gebracht. Ich müsste da eins rüber, habe aber dann keinen Block mehr. Ich muss da mal zurücksetzen. Ich dachte, der andere Block würde da festhalten. Hat aber leider nicht funktioniert. Tja, was machen wir dann? Wenn der da nicht feststeckt, dann haben wir ein Problem. Ich nehme ja nicht an, dass es mit dem klappt. Nö, die fallen alle runter. Die fallen alle runter. Ihr blöden Blöcke sollt nicht runterfallen. Das war doch nie der Plan. Warte mal, so sieht es ganz interessant aus. Jetzt müssten wir den hier wegschieben. Damit der runterkommt. Sehr gut. Jetzt müssten wir aber den hier haben. So, na das kann sich schon mal zeigen lassen. Wenn wir den weg... Nein, da geht es nicht. Ach, wir sind nah dran. Wir sind nah dran. Warum kann da nicht noch ein Block sein, verdammt? Es sieht alles falsch aus. Nein, das geht nicht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wir sind doch so nah dran. Darum ist das blöde Ziel. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht angehen, dass wir das jetzt nicht hinkriegen hier. Was übersehe ich wieder? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Warte mal, warte mal. Nein, das geht auch nicht. Mann, das geht alles nicht. Oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn wir jetzt hier hochgehen... ...dann müsste das klappen. Ja, ja, es klappt, es klappt, es klappt. Komm, komm, beeil dich, beeil dich. Yes! Geschafft! Ich wusste gar nicht, dass man das Zeug immer zurücksetzen kann. Das habe ich erst jetzt gesehen. Das ist ja ziemlich praktisch. Ist, äh... Ja, man kriegt wahrscheinlich viel weniger Punkte, wenn man sowas tut, aber die Punkte sind mir ja sowieso egal. Von dem her... ...macht das nix. Ich wusste gar nicht, dass du so weit kommen würdest. Komm, komm! Puh, diesen Level haben wir wieder mal geschafft. Aber der Typ soll sich endlich zeigen. Hm, nicht schlecht. Aber das ist nur das Anfang. Und wir sind so alleine hier. Der Typ prüft uns jetzt. Vorläufig ist er zufrieden mit uns, aber wie lange... ...wird das noch anhalten? Besser gesagt, wie lange können wir das noch schaffen? Denn die Levels werden nicht leichter. Wir hören uns morgen wieder bei einer neuen Folge von Catherine. Bis dahin, Freunde. Ciao.